Sie äußern sich erstmals zu Kates Fotoskandal. Nachdem das bearbeitete Muttertagsfoto von Catherine, Princess of Wales, für einen Skandal sorgte, sollen Quellen aus dem Lager der Sussexes fiese Kommentare in ihre Richtung abgelassen haben. Diese rufen Prinz Harry und Herzogin Meghan nun zurück. Das von Catherine, Princess of Wales, 42, bearbeitete Muttertagsfoto löste einen medialen Wirbelsturm an Kritik aus. In diesen sind auch Prinz Harry, 39, und Herzogin Meghan, 42, reingeraten. Wie jetzt rauskommt ungewollt? Quellen, die angeblich aus dem direkten Umfeld der Sussexes stammen, behaupteten gegenüber Page Six. Dass Meghan ein solcher Fauxpas nicht hätte passieren können. Das wollen die Sussexes anscheinend so nicht stehen lassen, und sehen sich zu einem Dementi gezwungen. Prinz Harry und Herzogin Meghan. Fiese Kommentare gegen Kate stammen nicht aus ihrem Lager. Es war ein eigentlich wunderschönes Foto. Dass der Kensington-Palast am britischen Muttertag am 10. März in den sozialen Medien veröffentlichte, Kate umringt von ihren drei Kindern. Die erste offizielle Aufnahme seit ihrer Bauch-OP im Januar dieses Jahres. Doch schnell wurden Ungereimtheiten festgestellt. Einige der größten Bildagenturen der Welt, darunter AP, AFP, Getty Images und Reuters, hatten die Verbreitung gestoppt. Der Grund, das Foto soll angeblich manipuliert worden sein. Die Princess of Wales gab zu, das Bild bearbeitet zu haben und entschuldigte sich öffentlich. Seitdem wollen die Verschwörungstheorien und die Kritik nicht abheben, immer mehr selbsternannte Expert. Innen äußern sich. Das stammt nicht von uns. Auch angebliche, aus dem nahen Umfeld der Sussexes stammende Quellen melden sich zu Wort. Der Bearbeitungsfehler sei kein Fehler, den Meghan jemals machen würde. Heißt es gegenüber Page Six. Weiter wird behauptet, dass die Herzogin von Sussex ein scharfes Auge und eine wahnsinnige Aufmerksamkeit für Details hat. Diese gemeinen Äußerungen und die Spitze in Richtung Kate stammen aber nicht aus dem Lager der Sussexes. Das hat nun ein Sprecher von Meghans. Und Harrys Archwell Foundation gegenüber dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek klargestellt. Er betont. Was Page Six betrifft. So stammt das nicht von uns. Es ist so gut. Wer hat es seinen Mist hurt. Vielen Dank.